Wenn du jemandem zuhörst, der monoton spricht, wenn keine Sprechmelodie zu hören ist, wenn kein Auf und Ab, kein lauter und leiser zu hören ist, wie angenehm ist es dann zuzuhören? Wie einfach es dir gelingen kann, mit den Mitteln der Sprachformatierung, Lebendigkeit in deine Sprechweise zu bringen, das erklärt dir heute mein geschätzter Kollege Anno Lauten aus Köln. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du wieder mal als Zuhörer, als Zuhörerin in einem Vortrag sitzt oder wenn du im Meeting bist und eine Kollegin präsentiert gerade und du hörst zu und du denkst dir, ups, gib mir bitte ein bisschen mehr Zeit zum Denken. Und du merkst, da ist jemand gestresst, naheliegenderweise, weil es geht ja um etwas, ein bisschen angespannt, es beschleunigt sich. Und ja, die Menschen werden immer schneller, immer schneller zum Ende hin. Lieber Arno Lauten, grüß dich, herzlich willkommen im Stimme-wirkt-Podcast. Wir haben uns vor einiger Zeit schon über diese große Frage unterhalten, wie Menschen im Vortrag zu Pausen kommen und was du da an guten Anregungen für uns bereithältst. Ich sage mal, herzlich willkommen. Grüß dich, lieber Arno. Hallo, lieber Arno. Ich freue mich sehr, mal wieder bei dir zu Gast zu sein. Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Du bist gerade nicht in Köln, wenn ich das richtig verstanden habe, wo deine Stimmwerkstatt sitzt und du eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen anbietest für deine Kunden, sei es Coachings, sei es Seminare, sei es Spezialtrainings, auch für Unternehmen. Wo steckst du denn gerade und weshalb? Erzähl uns das ganz kurz. Also ich habe in den letzten Jahren meinen, sagen wir mal, Zweitwohnsitz nach Andalusien verlegt und im Moment bin ich eben an der Atlantikküste in der Provinz Andalusien. In der Provinz Andalusien, ja, da gehen vor meinem geistigen Auge blitzen jetzt ein paar so Bilder auf. Irgendwie das hat mit Wellen und mit Ruhe und mit Landschaft und mit Atem zu tun. Und da sind wir ja schon mitten im Thema. Lieber Arno, wenn es jetzt um diesen Stress beim Sprechen geht, wieso beschleunigen aus deiner Sicht die Menschen denn immer wieder, besonders gegen Ende der Präsentation erlebe ich das, da werden die Menschen immer schneller, die Pausen werden immer kürzer, irgendwie fühlt sich das Ganze ein bisschen getrieben an. Was ist so der Hintergrund, den du hier siehst und welche Lösungsansätze scheinen dir besonders wirkungsvoll? Also es ist aus meiner Beobachtung so, dass Menschen natürlich schon einen gehörigen Respekt haben vor herausfordernden Situationen. Man könnte auch sagen Angst, also irgendeine Form von Angst. Das ist vielleicht Nervosität oder Lampenfieber. Es gibt viele Worte, die das so beschreiben. Und wenn man mit einer Angst vor andere Menschen tritt, dann nehmen das andere Menschen wahr. Auf irgendeiner Ebene, irgendwie vermittelt sich das. Und natürlich ist es manchmal eine gute Idee, dass man diese Angst offen anspricht. Und dann ist es schon besser. Dann ist es offensichtlich oder offenkundig geteilt. Und alle wissen Bescheid. Aber man versucht es natürlich meistens zu verbergen und irgendwie zu überspielen oder auch zu ignorieren. Und manchmal klappt das auch ganz gut. Es ist ja häufig so, dass am Anfang so eine gewisse Nervosität und Angst da ist. Und wenn man dann erst mal so ein bisschen, wie auch immer, sich gut warm geredet hat oder ein paar freundliche Gesichter gesehen hat oder so, dann verschwindet die Angst. Genau, wenn die ersten Reaktionen gekommen sind, wenn du das erste Mal so ein Lächeln siehst oder wenn vielleicht das erste Mal jemand ein bisschen gelächelt hat und du hörst den Ton aus dem Publikum, dann sind wir im limbischen Geschehen, könnte man sagen. Dann ist die Beziehung hergestellt. Genau, dann ist es Sympathie, dann fühlt man sich wohl. Ja, und dann ist es aber natürlich sehr häufig so, dass ja die Gesichter nicht so freundlich sind und dass man vielleicht nicht alles so umsetzen kann, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Und das macht einen dann unsicher. Und man guckt in diese Gesichter und da sind Fragezeichen in den Gesichtern. Da ist Teilnahmslosigkeit zu sehen. Man kennt ja, wenn man auf der Bühne steht, es ist haarsträubend. Man kann es jetzt hier bildlich gar nicht vormachen, aber diese Gesichter zu sehen, das kann einen schon irritieren oft. Und auch in Meetings. Und wenn dann Leute unaufmerksam sind und auf ihre Smartphones gucken und dies und das und immer auf die Uhr gucken. Also da entsteht dann schon so eine Unruhe und führt natürlich dazu, dass man sich dann als Redner, Rednerin auch ein bisschen treiben lässt. Also im Sinne von angetrieben, sich dann zu beeilen. Und das ist fatal, weil es entsteht immer eine Spirale. Also meine Beobachtung ist, wir haben immer linksrum- oder rechtsrum-Drehung. Es wird immer entweder besser über die Zeit oder schlechter. Und wir haben natürlich die Möglichkeit zu intervenieren. Wir können da irgendwo einschreiten und sagen so, nee, ich ändere jetzt die Richtung. Aber dazu müssen wir uns natürlich dessen bewusst sein, dass wir diese Möglichkeit, diese Macht haben, diese Entscheidungsmöglichkeit. Und dann brauchen wir vielleicht auch so ein, zwei Werkzeuge, die uns dabei helfen, dann eben das Ruder rumzureißen, wenn man so will. Arno, wir haben in unserem ersten Gespräch über deinen Ansatz mit der Mikropause, also über diese Werkzeuge gesprochen. Und gerne heute hören wir von dir da ganz sicher noch ein paar zusätzliche Anregungen und wie so ein Prozess weitergehen kann. Was mich aber sehr neugierig gemacht hat im Nachgang unseres ersten Gespräches, das ist, was ist denn jetzt eigentlich, wenn du mit Menschen arbeitest, wenn du jetzt einen Menschen vor dir hast, wo du merkst, da sitzt irgendwo so eine Angst vor der Situation oder da ist irgendwo eine Blockade, die, sagen wir, mit den üblichen Vorgehensweisen, wo man nicht zurande kommt. Also wo zwar dein Gegenüber gut versteht, theoretisch, wie man das lösen kann und auch die Handlungsschritte im Grunde versteht und auch könnte, aber irgendetwas im Inneren pocht und lässt das Herz nicht los, führt gegebenenfalls sogar zu Blackouts. Ich hatte so etwas jetzt gerade vor kurzem in der Erzählung eines Kunden, der gesagt hat, es ist alles gut gegangen bis zu dem Moment, bevor es losgegangen ist, wo er dann gemerkt hat, es funktioniert einfach nicht. Und er hat die Staffel sozusagen an seinen Kollegen weitergegeben, der ihn entlastet hat und an seiner Stelle die Gäste begrüßt hat. Wie siehst du das? Denn da habe ich das Gefühl, da ist etwas gröber in Unordnung. Also da ist im Lauf des Lebens hat sich etwas angesammelt, wo kleine Steinchen so aufeinander rollen und am Ende hast du ein Riesengeröll, das den Weg versperrt. Wie gehst du damit um? Was ist so deine Sichtweise hier drauf? Ich bin gespannt, ob ich dich richtig verstanden habe. Also wenn du jetzt sagst, das ist nicht nur situativ, sondern eben vielleicht ein größeres Problem, so ein Steinhaufen, Geröllhaufen, der aus der Lebensgeschichte eines Menschen erwachsen ist, dann muss man natürlich schon manchmal viel aufräumen. Und das geht ja dann vom Coaching her schon auch in Richtung Psyche. Also es ist natürlich keine Psychotherapie, aber ich gucke mir schon auch sehr gut an, was haben Menschen für Strukturen. Ich habe mich mit Systemaufstellungen beschäftigt, immer alle paar Jahre Fortbildungen gemacht. Also was gibt es da für Zusammenhänge im Umfeld, für Beziehungen und was hat möglicherweise Einfluss auf die Selbstpositionierung, auf die Selbstwahrnehmung, was behindert Menschen, darin frei aufzutreten und sich vor anderen zu zeigen. Und natürlich sind es häufig Verletzungen in irgendeiner Beziehung und Blockaden, die daraus entstehen, weil man vielleicht irgendwas nicht anrühren möchte, weil es einen retraumatisiert oder irgendwie zu sehr emotional berührt und bewegt und so weiter. Also das ist jetzt ein großes Feld, finde ich, was du hier aufmachst, so empfinde ich das gerade. Ich würde es jetzt noch mal lieber ein bisschen mehr wieder lenken in die Situation, weil es klar, also mit manchen Menschen arbeite ich da wirklich sehr umfangreich, auch über längere Zeit. Manche kommen jahrelang zu mir, das sind wenige, aber es kommt vor. Und in der Regel sind aber meine Klienten einige Monate bei mir. Das sind dann also vielleicht sechs bis zwölf Einzelsitzungen oder es sind auch Kombinationen aus verschiedenen Modulen. Also meine Trainings habe ich so modular aufgebaut. Es gibt also sowohl Präsenzseminare, die bestimmte Schwerpunktthemen haben, als auch das Einzelcoaching und auch einen Online-Kurs. Und dann eben auch Medien, die zum Einsatz kommen, also Audiokurse oder interaktive Hörbücher und sowas. Und daraus baue ich dann meistens ein Konzept für die Person, was den größten Erfolg verspricht, also Effizienz und Effektivität vereint. Es kann natürlich sein, dass man lange Begleitung braucht. Aber meistens ist es so, dass die Leute das für sie Notwendige innerhalb von wenigen Monaten schon kriegen. Und ja, es sind zum Teil Werkzeuge und es ist natürlich auch viel Üben. Also ich lasse Menschen dann mehrfach in jeder Session oder in den Seminaren Dinge tun, also sich präsentieren und zeigen und sprechen und gebe natürlich dann Feedback dazu und meine, sagen wir mal, drei Haupttools, von denen die Mikropause das Wichtigste ist. Und dann gibt es noch zwei andere, die auch sehr hilfreich sind für viele Menschen. Also im Grunde, du schaffst ein geschütztes Setting durch die Anlage des Coachings oder des Trainings. Das ist ja ein geschützter Rahmen, in dem sich dein Kunde, dein Kundin erproben kann und dadurch auch die Sicherheit gewinnen kann, dass es zumindest im geschützten Rahmen schon einmal funktioniert. Also im Grunde, dass die Möglichkeit da ist, dass die Fähigkeit grundsätzlich da ist und dann ist der nächste Schritt, das ganz langsam auch in die stressigen Alltagssituationen zu transferieren. Aber dein letzter Satz hat mich jetzt neugierig gemacht. Von der Mikro über die Mikropause haben wir uns in unserem ersten Gespräch bereits unterhalten. Vielleicht kannst du noch mal das Wesentliche aufgreifen. Und ich bin sehr neugierig, was sind denn deine zwei weiteren Lieblingstools, die du jetzt angesprochen hast, lieber Anno? Ja, die wesentlichen Merkmale der Mikropause sind zum einen, dass mindestens eine Atembewegung stattfindet. Das heißt, dass also die Sprechspannung gelöst wird und dadurch der Atem einströmt in die Lunge, dass wir also inspiriert werden. Und dazu gehört dann noch ein Bodycheck, in dem ich mich sehr schnell und auch in jeder Situation selbst wahrnehme, in dem ich mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Aufmerksamkeit ganz schnell von den Füßen bis zum Scheitel durch meinen Körper scanne und wahrnehme, wo ich vielleicht gerade eine Hand in der Tasche habe, ohne das zu beabsichtigen. oder wo ich mit dem Stiftclip rumspiele oder verkrampft bin im Gesäß oder in der Schulter oder irgendwas. Das fällt mir dann auf und ich kann es eben sofort beheben. Das ist also ein sehr gutes Tool zur Selbstwirksamkeit in jeder Situation, ohne dass ich jetzt vorher die Ursachen angucken muss, was auch natürlich sinnvoll ist. Aber das Entscheidende ist ja, dass es mir sofort hilft in jeder Situation. Und die anderen Tools, also das Nächste, was ich gerne vorstellen möchte, das ist die Sprachformatierung. Das habe ich so genannt, weil es mir auffiel, dass viele Menschen so reden, also meine Damen und Herren, was wir Ihnen heute und ich freue mich, dass Sie alle kommen konnten und wir haben auf der Agenda und so reden. Und wenn wir uns Texte anschauen, heutzutage, egal in welchem Medium, Printmedien oder Internet, natürlich sowieso, dann sind Texte formatiert. Also Inhalte sind aufbereitet, nicht einfach nur Fließtext, schwarze Pünktchen auf weißem Hintergrund, sondern sie sind, Formatierung fängt im Grunde schon an mit der Interpunktion. Das ist das Simpelste. Und dann geht es natürlich los mit Zeilenumbrüchen, mit Absätzen, mit Fettschreibung, mit Unterstreichung und Farben und verschiedenen Schrifttypen und, und, und. Und dann habe ich mir gedacht, das muss man einfach stimmlich hörbar machen. Also der Grundgedanke ist, dass man sich von dieser, von diesen Millionen Möglichkeiten, die wir jetzt alle zu Hause in der Tasche sogar mit uns haben, im Smartphone, dass wir davon wenigstens ein paar auswählen, die uns besonders gut gefallen. Vielleicht drei Farben. Ich liebe die Zahl drei. Also ich empfehle immer drei oder fünf. Aber das nochmal an anderer Stelle. Und das also, wie wir uns zum Beispiel drei Farben nehmen, drei verschiedene Schriftgrößen, Schriftgrößen, drei Schrifttypen, möglicherweise Fonds. So. Und natürlich muss man es nicht übertreiben. Und dann schreibt man jeder dieser Farben eine bestimmte Stimmfarbe zu. Also ganz einfach, simpel ist natürlich, wenn wir jetzt nehmen rot, grün und, nein, nicht gelb, nehmen wir blau, dann haben wir eben schon mal so, ne, die feurige Farbe, wo Leidenschaft und vielleicht auch Gefahr drinsteckt. Also die Stimme, die das transportiert. Dann haben wir eine grüne Farbe, die ist, würde ich mal sagen, erfreulich und entspannend, positiv, so vital, lebendig. Und dann haben wir eine blaue Farbe, die ist für mich so mehr klar und effizient und ruhig. Und da sehen wir dann sofort, wenn wir uns das einmal bewusst machen, dass sich der Stimmklang verändert. Und das kann man natürlich nutzen, wenn man Texte abliest, aber eben genauso zur Vorbereitung, wenn man jetzt eine Rede einübt oder irgendeinen Beitrag, dass man sagt, okay, jetzt diese Passage mache ich in rot, manchmal auch vielleicht nur ein Wort oder einen Satz oder einen Produktnamen oder sowas. Und dann mache ich eine Passage in grün und dann habe ich schon Abwechslung und Lebendigkeit im Sprechen. Formatierung, ich finde es einen schönen, einen sehr schönen Begriff. Im Grunde vom stimmlichen Ausdruck bestecken ja die zwei simplen Mechanismen dahinter. Auf der einen Seite die Dynamikunterschiede im Sprechen, also ist es mal etwas dramatisch ausgedrückt, ist ein bisschen mehr Nachdruck dahinter oder fließt es dahin, das wäre die andere Art und Weise. Die Melodie ist angesprochen, aber wenn du es mit Farben ausdrückst, ist nochmal eine ganz andere Assoziation dahinter, oder? Die Farbe Rot oder mal Orange mit etwas mehr Begeisterung, da sind wir aus diesem technischen Lauterleiser und so weiter weit weg, da sind wir ganz woanders, finde ich sehr ansprechend. Okay, also vom Bodycheck, also das Innehalten gibt die Möglichkeit überhaupt mal zu schauen, wie ist es? Ich bemerke, aha, meine Schultern sind jetzt, der Oberkörper ist echt eingekrampft, denn mein gestischer Radius ist eng und ich schaue so ernst rein, weil ich voll konzentriert darüber nachdenke, was ich als nächster tue, okay, kurzer Bodycheck, ich merke das, okay, dann merke ich schon, aha, die Pause ist entstanden, der Atem fließt plötzlich wieder, wenn ich jetzt in der Lage bin, das auch wahrzunehmen, gar nicht so einfach, ich denke, das sind große Schritte für Menschen, die vorher vielleicht gar nicht wussten, dass sie eine Körperwahrnehmung besitzen und was das ist. Absolut, absolut, ja, 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 ich erinnere mich auch an meine eigene Entwicklung, natürlich war das für mich auch ein langer Weg, also die Gesangsausbildung hat ja schon zehn Jahre gedauert und ja, mit vielen zusätzlichen Workshops und Fortbildungen, aber ja, es ist möglich, also ich beobachte manchmal sehr, sehr schnelle Umsetzungen, wirklich, das ist eine Frage des Fokus dann. Des Fokus, und vielleicht auch ein bisschen der Vorerfahrung der Menschen mit sich selbst, also inwieweit jemand, der zu dir oder zu mir kommt, sich schon mal Gedanken über sich selbst gemacht hat und wie weit jemand überhaupt verstanden hat, dass es außerhalb der rein gedanklichen Welt, in der man sonst so ist im Beruf, wo es immer um die nächstwichtigen Dinge geht, dass es ja das Körperliche, dass das Körperliche ja immer die Grundlage allen Handelns ist und dass auch das Gehirn ja im Organismus drinnen steckt, im Kopf ist ja ein Teil des Körpers, das verstanden zu haben ist nicht ein Startvorteil, wie du das erlebst. Wie ist jetzt so eine weitere Vorgehensweise, wenn du jetzt mit jemandem diese Schritte, wenn du jetzt mit mir als Kunde, als Coachee diese Schritte so weit gegangen bist und ich habe dann verstanden, okay, ich kann jetzt meine Sprechweise formatieren, den Ausdruck zwischendurch mal gestalten, mal ein bisschen flüssiger und dann ist es jetzt aber besonders wichtig, wo wäre jetzt für dich dann noch so ein ja so der Feenstaub über dem allen? Oh ja, also im Grunde wird man ja niemals fertig, es gibt immer weitere mögliche Schritte, um das dann noch auch perfekter, auch im Sinne von ziseliert oder verfeinert oder künstlerisch, so, also der Feenstaub, das zauberhafte, sagen wir mal, jetzt ganz, ganz konkretes Vorgehen wäre, ich nehme einen Text, der ist fertig geschrieben, ein Text, der soll präsentiert werden und dieser Text wird dann von meinem Coachee vorgelesen, vorgelesen mehrfach mit Anmerkungen, mit Mikropause, mit die richtigen Intonationen und so weiter, also mehrmals im Kreis und dann ist natürlich der nächste Schritt, sich von dem Text zu lösen, also möglicherweise Stichworte aufzuschreiben, vielleicht auf Karten und die dann vielleicht auch in der Sprachformatierung, also auch farblich die Stichworte, vielleicht auch in verschiedene Kursiv oder Fett oder große kleine Schrift, also diese Stichworte enthalten dann schon sehr viel Information, ohne dass es viele Worte sind, ja, also haben sehr starken Inhalt. Ich sehe auch immer wieder, kleiner Einschub hier, dass Menschen sich gar nicht so bewusst sind, wie viel Inhalt ein Wort tragen kann. Viele Menschen machen viel mehr Worte als notwendig und nutzen gar nicht die Kapazität eines Wortes, um möglichst viel an Bedeutung oder Inhalt rüberzubringen. Viele sagen die gleichen Inhalte zweimal, dreimal, viermal, weil sie merken, dass es nicht ankommt oder weil sie selber den Faden verloren haben und verbrauchen unglaublich viel Zeit, ohne dass durch diese Wiederholung ein Mehrwert entsteht. Ich empfehle natürlich meinen Kunden immer kurze Sätze zu machen, aber ich liebe ja Schachtelsätze. Ich liebe das, aber es ist eine Herausforderung auch für Zuhörende natürlich und ich habe schon gemerkt, du bist ein bisschen ungeduldig auch. Also jedenfalls wäre dann der weitere Schritt, diese Stichwort Karten zu machen und sich dann irgendwann auch von diesen Karten zu lösen. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit hat ein Mensch, um sich so perfekt vorzubereiten. Aber das wäre dann der nächste Schritt, wenn man genug Zeit einsetzen kann. Und dann geht es natürlich auch um das Auftreten, wie steht jemand dazu, wie guckt jemand dazu, welche Gestik kommt ins Spiel, wann und wie, an welcher Stelle macht jemand einen Schritt oder ist es schöner, wenn sich jemand total spontan und frei bewegt, das kann mal so sein, das kann so sein, das ist abhängig vom Typ, vom Typ Mensch, von der Situation, von den Inhalten, deswegen, also es gibt jetzt so keine starre Vorgehensweise oder das wird unbedingt genau nur so gemacht, sondern ich gucke natürlich, dass es insgesamt ein Kunstwerk wird oder eine überzeugende Präsentation und dann häufig auch Medieneinsatz, also Stichwort Folien, schon fängt es hier bei mir an, dass Menschen fälschlicherweise von Präsentationen sprechen und damit die Folien meinen, dabei ist ja die Präsentation der Auftritt des Menschen, der sich und das Thema präsentiert und Folien nutzt als Hilfsmittel und das, obwohl das ja vielen schon bekannt ist und auch Worte wie Folienschlachten kursieren, sind trotzdem noch erschreckend viele Menschen unterwegs mit diesen viel zu vielen und vollgepackten Folien und handeln die dann auch schlecht, also stellen sich dann einfach zu sehr an die Seite oder schalten die auch nicht aus, so ein Tipp hier bei der Seite ist schon mal die Folien einfach zwischendurch auszuschalten um Raum zu geben da gibt es diesen berühmten Knopf auf schwarz zu schalten ganz genau Anno ich habe etwas ganz besonders interessant gefunden du hast eingangs auch davon gesprochen diese Sprachformatierung wie du es nennst also dieses Gestalten des Sprechens sich bewusst zu machen dazu nützt du Texte also da hast du ein Blatt Papier wo ein Text drauf ist und anhand dieses Textes gehst du mit deinen Kunden jetzt mal ab und zu die ersten Schritte so auf Endlosschleife Text von vorne bis hinten so dass Gestaltungsmöglichkeiten mal überhaupt bewusst werden und nutzbar werden so dass ich also in der Lage bin das mal anhand dieses Textes für mich zu erproben im nächsten Schritt allerdings und das scheint mir jetzt ich will es nur hervorheben weg vom geschriebenen Text das heißt du würdest auch niemandem empfehlen mit einem Skript in den Vortrag zu gehen und dann aufs Rednerpult den Text hinzulegen und dann sich zu bemühen das vorzutragen was am Papier oben steht so verstehe ich dich richtig es geht immer ums freie sprechen in der Regel ja natürlich gibt es auch Situationen wo das Skript angebracht ist wenn das jetzt eine Vorlesung ist vielleicht oder eine politische Rede die möglicherweise so aktuell sein muss zeitnah dass man das jetzt nicht schon hundertfach repetiert hat sondern es ist eben gerade frisch geschrieben und es ist vielleicht auch vom Umfang her so groß dass man das jetzt nicht alles memorieren kann das ist hat man leider einfach oft nicht die Zeit dafür und es ist auch nicht notwendig weil auch abgelesen kann man Inhalte ganz toll und hinreißend mitreißend präsentieren also deswegen kommt dir mal drauf an was ist das Ziel genau dazu haben wir gerade vor kurzem eine Episode auch produziert wie kann das funktionieren dass du einen Text so interpretierst im Grunde dass du ihn nicht abliest sondern das was hier am Buchstaben steht tatsächlich wiedergibst angesichts des Publikums also das direkt kommunizierst aber jetzt in unserem Gespräch ging es tatsächlich von der Arbeit mit Hilfe des Textes hin zu Stichworten die allerdings dann ob sie jetzt farblich kodiert sind oder mit welchen Elementen sie verknüpft sind dass dadurch das Wort selbst eine ganz andere zusätzliche emotionale also einen anderen Gehalt bekommt und in der Sprechtechnik heißt es wie du es formulieren würdest heißt immer wenn ich ein Wort sage und ich assoziiere mit dem Wort nichts kommt auch nichts an auf der anderen Seite obwohl ich es gesagt habe je mehr ich unter dem verstehe was ich sage desto mehr assoziiert der andere was immer es dann ist aber es wird assoziiert und dann der letzte Schritt wenn genügend Vorbereitungszeit ist dann sind wir in der freien Rede weil die Abfolge im Grunde klar ist und das worum es geht dann freigesprochen werden kann ganz genau ja ja lieber Anno da sind wir wieder so am Rande unseres Zeitlimits angelangt ich finde es unglaublich spannend mit dir zu sprechen also durchaus auch aus ganz persönlicher Neugier so sehr wir jetzt über das Stimme.at Netzwerk miteinander verbunden sind so selten hat man als Coach und Trainer Gelegenheit Einblick in die praktische Arbeit der Kollegen zu erhalten also insofern nütze ich diese Podcast Serie mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Stimme-Arte Netzwerk ganz ich genieße das einfach auch weil es hier so einen plastischen Einblick auch gibt in die Arbeitsweise und für deine Offenheit das auch so zu zeigen und Preis zu geben und auch unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben danke ich dir ganz herzlich Leo Anno toll dass du auch heute wieder mit dabei bist wir werden die Serie ganz sicher irgendwann mal fortsetzen dann grüße ich dich ganz herzlich nach Andalusien Anno ganz herzliche Grüße sonnige Grüße nach Salzburg und bis bald ich werde die Bilder heute aus Andalusien in meinem geistigen Auge durch den Nachmittag tragen hier in Salzburg ja euch da draußen was verbleibt mir noch zu sagen es freut mich wenn die eine oder andere ganz konkrete Anregung angekommen ist bei euch ich bin selbst und auch Andreas Giermeier mit dem ich sonst diesen Podcast gestalte wir sind immer wieder unglaublich neugierig was konkret da ankommt und wo für dich wenn du zuhörst der konkrete Nutzen aus dem Mies was wir hier machen melde dich gerne zurück du weißt es gibt wenn du über Spotify hörst dort gibt es die Möglichkeit auch Anmerkungen zu geben Bewertungen sind eine bewährte Methode zurückzumelden ob und wie dir das gefällt was wir tun wir freuen uns über Sterne die du vergibst und natürlich auch über Anregungen über Social Media oder auch per E-Mail an podcast arno-fischbacher .com in diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit dir sein dein Arno Fischbacher . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020